Das ist kein Problem, so ein Faltfach. Alter. Was ist denn das, Max? Das ist hässlich. Hässlich. Wenn du deine Haare nicht nass machen möchtest, Schatz. Ja. Das kommt, glaube ich, auch total gut bei den Mädchen. Das ist sexy. Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr mit dabei seid. Ja. Oh, wirklich, kein Problem. Okay, let's go. Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich muss total lachen, sorry dafür. Der Max ist auch mit am Start heute. Deshalb habe ich wieder viel zu lachen. Und zwar gibt es heute die Überraschungsbox von Amazon. Hier ist das gute Stück. Ich verdecke mal schnell den Max. Ich bin total gemein. Ihr habt euch dieses Video gewünscht. Und zwar kann man sich bei Amazon eine Box bestellen. Ich habe jetzt 10 Euro bezahlt. Und da sind jetzt lauter Sachen drinnen, von denen man nicht weiß, was es ist. Und wir packen das Ganze jetzt zusammen mit euch aus. Ihr habt euch dieses Video nämlich gewünscht, zusammen mit Max. Und ich glaube, es wird sehr, sehr spaßig. Also wir haben jetzt ewig fürs Intro gebraucht. Ich hoffe, dass das jetzt brauchbar ist. Wir lassen es jetzt einfach so. Okay, also wir starten durch. Hier ist eine große Tüte. Ihr habt es schon gesehen. Ich würde sagen, wir kippen das Ganze jetzt mal um und greifen rein, damit es nicht so raschelt. Und ja, Max, it's your turn. Ah, okay. Wunderbar. Es ist echt total viel. Wir machen es am besten so, dass wir nur so reingreifen, ohne zu gucken, okay? Okay. Okay, du fängst an. Das ist perfekt. Das ist hässlich. Ich weiß, dass es hässlich ist, aber ich brauche eine Schere. Zum Basteln oder was? Ja. Schau mal. Und zwar ist es so ein... Schere-Set. Meine Kühe-Set steht hier. Ja, okay. Aber man kann es gebrauchen. Es ist nicht verkehrt. Okay. Naja, okay. Also schon mal gut. Jetzt ich. Ich darf nicht essen. Sonst schimpft der Max. Da kann man nicht vergessen, die Riesen. Eine Blume. Ich glaube, das ist ein Stift. Das sieht echt aus wie ein Stift. Das ist ein Kuli. Ich stelle dir mal vor, dass wir das so... Werden sehr close words. Schade, dass ich raus bin aus der Schule. Schade. Aber ich glaube, das kann man auch... Okay. Super Produkt. Mega. Du magst es. Okay. Nicht gucken. Ja, okay. Schummel. Okay, deine nächste Geburtstagsparty ist gerettet, Marc. Ja, Mann. Mülltüten. Das sind so Abschiedstüten für Feste. Weißt du, wie viele ich dir da schon vorbereitet habe in deinem Leben? Ganz viele für deine Geburtstagsgäste. Ja, jetzt bekommen wir welche. Jetzt kriegt deine Gäste keine mehr. Kannst du dich selbst kümmern. Nee, das ist eigentlich nicht verkehrt. Für den nächsten Geburtstag, wenn der Lassi Geburtstag hat, sind auch 10 Stück enthalten. Wow. Mega. Wow. Jetzt ich. Was ist denn das, Marc? Das ist hässlich. Hässlich. Das ist eine Schüssel. Gott, die ist total schmutzig. Du musst was auch machen. Max, das ist total schmutzig. Das ist so eine Porzellanschüssel. Aber es ist nicht verkehrt. Da kann man auch eine Pflanze reinmachen. Das wird draußen. Zum Beispiel Erde und dann eine Pflanze. Oder? Runterschmeißen. Oder runterschmeißen. Nein, das ist für eine Polterhochzeit. Ich sag ja. Runterschmeißen. Oder für die Bälle draußen auf der Terrasse. Ja, oder das. Und Wasser. Ja. Halt als Pressen ab. Okay. Nicht verkehrt. Du bist dran. Und ich schummeln. Ja, ey. Entschuldig. Superglue. Superglue. Elefantenstark. Kann man Elefanten zusammenkleben. Nee, hier ist halt ein Elefant. Ey, guck mal. Da hinten ist auch eine Porzellanschüssel. Ah, schaut mal. Wenn man das runterwirft, kann man das damit wieder zusammenkleben. Kann man das damit wieder zusammenkleben. Hast du die Faust an heute? Ja. Jetzt ich. Hast du geguckt? Nee. Max sagt, ich hab geguckt. Was ist denn das? Oh, das hast du die Bälle. Das ist so ein... Was will ich denn damit? Ein Schnuller. Ein Schnuller. Macht der auch Musik? Ja. Okay, super. Freue ich mich. Ja. Was ist denn, Schatz? Ah, das ist das nächste Mal im Schwimmbad. Ja. Im Schwimmbad. Wenn du das nächste Mal im Schwimmbad bist, Max, dann... Damit meine langen Haare nicht... Abflüsse schon. Nee, damit, wenn du deine Haare nicht nass machen möchtest, Schatz, kannst du dir das im Schwimmbad aufsetzen. Das ist ja bei dir super. Ja. 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 Das kommt, glaube ich, auch total gut bei den Mädchen. Ja, das ist sexy. Okay, weiter. Ah, ich bin dran, oder? Ja. Ich. Ey, du wolltest da wieder schummeln. Ja, du hast das... Meinst du? Die Taschentücher. Ui. Cool. Die finde ich gut. Die finde ich gut. Da freue ich mich, weil... Wartet mal, ich mach das mal ab, ne? Weil das sieht jetzt echt ein bisschen afig aus. Mach du's drauf. Ja, danke schön. Auf jeden Fall. Könnt ihr zum Beispiel... Also, natürlich sehen die sehr hilfreich, ne? Im Nähkästchen. Aber, wenn ihr zum Beispiel einen Blumenstrauß habt, Max, hört genau zu, wenn du eine Freundin hast und ihr Blumen schenkt, kannst du in die Mitte von der Rose zum Beispiel so einen Naden stecken. Das sieht voll edel aus. Okay. Okay. Ich? Ich. Nee, du hast das gerade, Schatz. Dann will wieder schummeln. Also, dann mach du halt... Ja, auch. Zieh, komm. Zieh. Hässlich. Ein Topflappen. Aber das ist nur einer. Was will ich denn mit einem Topflappen? Ja, damit du den anderen bestellst. Super Werbestrategie. Du. Aber es ist nicht verkehrt. Kann ich gebrauchen. Den wasche ich. Und dann kann ich den eigentlich echt gut gebrauchen. Sieht halt jetzt nicht sooo superschön aus. Was ist das? Weiß nicht. Was ist denn das? Weiß nicht. Was ist denn das? Was soll denn das sein? Vielleicht... Ah, für die Fersen. Damit man die Fersen schön abhüllt. Kannst du dir sogar aufhängen in deinem Zimmer. Guck mal, wo meine Locken sind. Das ist sehr sehr stylisch. Ja. Jetzt ich. Nee, du warst dran. Oh, die sind hässlich, Marc. Die sind wunderschön. Ohrringe. Die mach ich mir gleich mal rein. 3,99. Okay, läuft. Du kannst ja schon mal dein Produkt rausholen. Die sind nicht so schön. Oh, die stinken. Boah, die stinken voll. Hä? Max, die stinken total. Aber ich mach sie mir mal rein. Ich dachte, das ist Kogel. Was ist denn das? Klebeband. Das ist nicht verkehrt. Kann man gebrauchen. Das ist gut. Klebeband. Schaut mal der Ohren. Wie gefällt der euch? Hässlich. Nee, ich finde ihn jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt. Sieht jetzt nicht so hässlich aus, aber der stinken total. So, okay. Dann bin ich jetzt dran. Ja. Okay, aber ich darf nicht reingucken. Wartet. So. Okay, also ich darf nicht reingucken. Für CDs? Ja. Wir hatten heutzutage noch CDs. Vor allen Dingen dann nur für eine. Achso, na gut, wenn du hier mal in was brennst, dann kannst du... Ja, ist eigentlich nicht verkehrt. Super. Ich habe jetzt eigentlich eher ins Auto gedacht. Weißt du, da haben wir doch diese große Mappe und da haben wir doch die CDs drin. Aber heutzutage, ganz ehrlich, mit Spotify und wie heißt das alles? Nein. Ich kenne mich nicht so gut aus. Du bist dran. Ah, ich habe hier zwei Übriges. Ich habe gelingst. Du bist dran, Schatz. Aber nicht cool. Was ist denn das? Keine Ahnung, was macht man damit? Ich weiß es nicht. Strong and stretchy. Okay. Ist es strong und stretchy? Vielleicht als Kette? Ich weiß es nicht. Ja, aber was, Schatz? Was ist gut noch? Ich glaube, dass du jetzt Perlen drauf machst. Ja, Perlen. Ja, Perlen. Prima, Max. Ja. Der Max will schon wieder basteln. So, ich? Achso, nee. Die sind schön. Flip Floss. Oder? Größe 40 mit ganz viel Glitzer. Okay, ich habe jetzt nicht 40, aber Platz für meinen Mast. Nicht gucken. Oh. Oh, voll schön. Das wünsche ich mir schon seit Jahren. Ja, Max. Mach dir das an deinen Schlüsselbund. Voll süß. Ach, das könnte ich dir Alessia schenken. Mein Patenkind. Also, ich finde es süß. Und das stinkt jetzt auch nicht so. Das ist schön. Ja. Das gefällt mir. Finde ich goldig zum Schlüsselanhänger. Okay, jetzt bin ich dran. Lass mich tun. Das ist schön. Hässlich. Ja. Eine kleine Porzellangießkanne. Aber ohne Lauch. Ohne Lauch. Ohne Lauch. Wichtig. Ohne Lauch. Macht einfach so. Ach komm. Aber das ist schon süß. Das würde meiner Tante voll gut gefallen. Da kann man hier so kleine Blümchen reinstellen. Oh, was ist das? Komm, sei nicht so. Das ist jetzt nicht verkehrt. Das würde sogar der Opa, wenn er in irgendeinem Laden wäre, das kaufen für meine Mutter. Und die würde sich denken, oh Gott. Okay, du bist Francia. Du fischst nur so Zeug raus. Was ist denn das? Gibst zu, du stehst da drauf. Ja, das ist wieder so ein Teil. Schau mal. Ach so, Partnerlook. Können wir wieder der Alessia schenken. Okay, bekommst mein Patenkind. Ich? Ja. Das ist für den Max. Das ist für den Club. Für den Club. Wenn er unterwegs in der Disco ist, wird er sich definitiv diese Tattoos hier auf den Augen machen. Dann hast du voll die Chancen bei den Mädels, Schatz. Ja. Wirklich. Also wirklich. Du musst dann dein Hemd höher machen und dann hier so einen Drachen oder Schlange. Und dann so einen riesigen Drachen. Ja. Bei dir dann. Du bist dran. Ui. Das wird dein nächsten Kindergeburtstag. Oder für jetzt. Für jetzt. Also gut. Dann machst du die Finger auf. Das ist für dich nicht ein Verkehrsprodukt. 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 Was ist das? Ein Pinsel. Der total die Haare verliert. Weiß. Okay. Nee. Du musst ja... Du nimmst zu viele. So. Was ist das? Geht doch. Hier ist noch eine Packung. Ach nee, das ist die. Okay. Du hast das total kaputt gemacht, Marc. Hab ich nicht. Also wir haben Spaß. Also wir waren jetzt gerade dran. Du weißt, dass du aufräumst. Ja. Ich muss immer aufräumen. Ich hatte den Pinsel. Du bist dran. Achso. Du hast ja leicht gelinset. Warte, ich mach nochmal deine Funke. Dankeschön. Kannst du auch mitnehmen für einen Club. Also es sind mehrere Sachen für einen Club dabei, Max. Du merkst schon, die Box hat sich gelohnt für dich. Okay, jetzt habe ich reingeguckt, weil es ist das letzte Produkt. Nee, ein Produkt ist tatsächlich noch da. Okay, da kann der Max dann schön im Sandkasten spielen. Das ist ja wunderbar. Hast du dir gewünscht? Ja. Hast du dir auch zu deinem 18. Geburtstag gewünscht? Ich habe es vergessen zu kaufen. Tja. Jetzt bin ich echt üblich. Okay. Aber nicht verkehrt, oder? Kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Okay. Ein Produkt hast du noch, Max. Da hast du total drauf gewartet und dich gefreut. Alter, das ist geil. Da kannst du deinen Führerschein reinmachen. Da kannst du deinen Führerschein reinmachen. Da kannst du deinen Führerschein reinmachen. Max hat jetzt einen Führerschein. Ich habe jetzt einen Führerschein. Er darf jetzt auch alleine fahren. Mit meinem Auto. Und er verstellt mir immer Spiegel und Sitz. Und ich bin immer total gereizt. Ja. So ein bisschen. Okay. Also freust du dich? Ja. Kannst du deinen Führerschein reinmachen. So meine Lieben, das war jetzt der Inhalt unserer Box. Eine ganze Menge. Das ist natürlich so ein Spaß für uns gewesen. Aber einige Artikel waren jetzt tatsächlich dabei, die wir auch gebrauchen können. Und ich verlinke euch meine Überraschungsbox mal unten in die Infobox. Ja. Wie passend. Ich denke aber nicht, dass in jeder Box dasselbe sein wird. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Das sind einfach so Restposten. Der Max hat zumindest schon mal Spaß. Und ich hoffe, dass ihr auch Spaß hattet mit unserem Video. Wir haben echt ewig gebraucht, um unser Intro erstmal zu starten. Weil wir die ganze Zeit nur gelacht haben. Und wie gesagt, wir hatten jetzt tatsächlich sehr, sehr viel Spaß. Wenn ihr mehr Videos zusammen mit Max sehen wollt, dann lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Schreibt es unten in die Kommentare. Schreibt am besten auch noch euren Videobunsch dazu, damit wir Bescheid wissen, was ihr so sehen wollt. Und ja. Möchtest du auch noch was sagen? Die Mama labert und labert schon wieder in einer Tour, ne? Wolltest du noch was sagen oder willst du sagen? Ja, lass den Daumen nach oben da, als er gefallen hat. Der Max, das sage ich nie in meinen Videos. Ja, jetzt habe ich es gesagt. Ich mag das nämlich nicht. Am besten noch der Satz, wenn ihr mehr Videos zusammen mit Max sehen wollt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ja. Ich sage das nie. Okay. Also, ja, dann beenden wir jetzt an dieser Stelle das Video. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Schaut gerne mal bei meinen beiden letzten Videos vorbei. Abonnieren ist kostenlos. Das sage ich sehr, sehr gerne dazu, weil viele immer denken, dass es was kostet. Aber nein, ihr verpasst somit keine Videos mehr von uns und könnt das Ganze dann kostenlos schauen. Ja, das wollte ich jetzt ganz gerne noch hinzufügen. Und ja, jetzt verabschieden wir uns. Ja. Wünschen euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lass es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der Max. Der Max. Ey, wenn ich mit Max Videos mache, ich sage es euch, ich bin immer nur am Lachen. Also, bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.